hey ho und herzlich willkommen zurück leute zu einer neuen folge von dead rising 4 wir haben in der letzten folge ja den staudamm hier besucht denn hier hat die miliz wohl irgendetwas gesucht beziehungsweise gefangen oder gefangen versucht wollen wir das mal so sagen und als wir angekommen sind haben wir tatsächlich gesehen wie sie etwas weggeschafft haben da soll wohl ein monster drin gewesen sein und wir müssen nun dieses monster natürlich finden bzw den konvoi folgen der dieses vieh halt gefangen hält so ich werde jetzt folgendes machen denn hier gibt es nämlich etwas sehr sehr geiles und das werde ich jetzt anziehen den exosuit perfekt so ich freue tut mir jetzt aber nicht leid kannst du das auch bitte aufnehmen danke kann ich eigentlich dann in so ein fahrzeug stellen ach schade okay wir haben jetzt zumindest einen kleinen das gar nicht wie man das nennt aber damit fahren wir jetzt durch die gegend ist ja nicht mehr so weit bis wir den konvoi erreichen wir nähern uns langsam die basis auf vielleicht wo was geht hier ab ich glaube der konvoi war mal da schade mit dem fahrzeug kann ich nicht interagieren okay warte mal ich gucke mal jetzt gerade in einer möglichkeit hier mit dem fahrzeug zu interagieren gibt es hier irgendein auto alter das ist hart natürlich geht es nicht renne renne rein in welches auto kann ich mein auto da oder war auch nicht keine ahnung auf jeden fall voll die kacke die greifen mich auch an das ist natürlich sehr sehr nett von denen da sind geschenke kann ich die eigentlich öffnen da kommt ja auch noch habt ihr denn alle in der macke bin hier mit dem soldaten beschäftigt trefft mich da noch an was haben wir denn hier ein mobiltelefon ich sollte das mit mobiltelefon aufnehmen danke ah hier ist ein plan t-rex maske geil statt er die zombies angreift aber nie dann greift da frank west an weil er doof ist kommst du denn hier ich zerschnetzel euch alle so ich muss jetzt mal ein paar zombies hier abmuxen durch ich wollte jetzt eigentlich Oh Gott. Geh weg. Hast du die Axt? Danke. Ey. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Alter, ist das ein Quatsch. Ohne Exosuit werde ich hier wohl nicht weiterkommen. Was soll ich mit dem Staubsauger? Mann. Oh, was machst du denn, Junge? Wie mir das ankotzt. Oh, das kotzt mich echt so richtig hart an. Ich habe auch nichts mehr zum Heilen. Danke. Boah, und dann wirst du die ganze Zeit beschossen, obwohl da überall Zombies sind. Das ergibt keinen Sinn. Ich brauche Bier oder irgendwas. Perfekt. Ey. Kann ich doch von hier hinten abmuchsen. Das kotzt mich ja gerade voll an. Weg ist er, der Spacken. Strandball, Fleischbrocken, okay. Machete. Was ist denn schon hin? Ich glaube, die Kettensäge ist das. Und dann nehme ich noch einen Revolver mit. Nee, obwohl geht nicht. Und da haben wir Handgranaten. Aber ich soll gar nichts woanders eigentlich lang, ne? Naja. Passiert. Fliegen, klatschen. Nope. Nice. Ich brauche ein Auto. Also ohne Auto wird es jetzt echt schwierig. Was ist denn da gerade für Werbung? Wie man das ankotzt. Hat das gerade... Ghost Recon oder so? Ich finde es gerade ein bisschen doof, dass ich in kein Auto steigen kann. Deswegen gehe ich erst mal zu Feuerwehr. Ey, wie dumm das ist. Ey, wirklich. Mann, Junge. Was machst du denn hier? Gott, ey. Mann, beweg dich doch mal. Das ist so übertrieben. Junge. Hallo. Heil dich doch einfach mal, Mann. Ey, das ist so dumm. Mann, beweg dich doch mal. Ey, was macht der manchmal? Das ist ein bugfestes Spiel. Gebt mir doch einfach mal irgendeine Möglichkeit hier. Wo sind wir auf... Mann, beweg dich doch mal, Junge. Boah, ey. Das finde ich halt mies. Ein Regenschirm. Wichs Upload. Da ist eine Festplatte dran. Wo er endgültig durchdreht. Ihr liegt zur Stadt zumindest am Herzen. Aber sie sagt, es soll besser, ihn in Ruhe zu lassen. Damit er weiter seine Vorrede teilt. Diese alten Männer und ihre Egos. Das muss aufhören. Ich... Ich ertrage das nicht mehr. Ha, ha. Armee-Kampfanzug. Hallo. Oh, ha. Ein T-Shirt-Kanone. Oh, die ist zwar so geil, aber leider nutzlos. Was mich halt ein bisschen nervt ist, dass ich persönlich nicht viel machen kann. Vor allem nicht mit den paar Waffen, die ich hab. Ich bräuchte ein Fahrzeug, aber hier ist keins. Und das ist ein bisschen doof. Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Dass du hier in keinem Fahrzeug kannst. Das ist so dumm. Guck mal, hier ist eins. Nimm es doch. Nein. Warum? Da hab ich echt keinen Bock mehr, ne? Ey, ich krieg hier gleich einen Anfall, aber wirklich hart. Mein Gott, die können doch nicht überall sein, Mann. Das ist doch dumm. Also, ganz ehrlich, Leute, das ist so dumm. Alle sind jetzt immer die gleichen. Das ist so bescheuert. Die waren noch nicht mal bei mir in der Nähe, Mann. Oh, wie ich jetzt hasse. Mann, jetzt geh doch mal da durch, Alter. Was ist das denn für ein Bug hier? Mann, ich will eigentlich nur ein Auto haben, aber nein, das geht nicht. Ja, gib mir doch mal den Schlüssel. Da. Oh, gut, Mann. So was dummes. Ich muss ja auch genau da kaputt sein, der Konvoi, wisst ihr, wo die ganzen Zombies sich tummeln. Hm, es geht doch nichts über den Duft brennender Körper. Zu viele! Ich muss ja raus! Das ist überleben, ne? Es sind zu viele! Ich helfe euch ein bisschen. Oh, hab ich aus Versehen Soldaten umgefahren. Los, helft mir! Ich muss ja raus! Ich helfe dich los! Haha, guck mir! Feind in sich! war jetzt übrigens extra genau halt die Stellung, kleiner Scheißer so, jetzt frem ich mich da endlich mal hin kein bisschen übertrieben, wie viele Zombies hier sind mein Gott, ist das bescheuert, Junge halt doch mal jetzt endlich die Backen da drinnen oh ey, Alter, es ist zu übertrieben es ist wirklich zu übertrieben ich wollte die Propangasflasche da reinschmeißen man, du sollst da raufballern, Alter ey, ich hab gleich keine Waffen mehr, wenn es weiter so geht man, geh doch mal nach rein, Alter das ist, ey okay da ist eine Schere drin Edelsteine okay, die kann ich glaube ich auch werfen einfach nur krepieren, bitte, danke ey, Alter das ist es ist einfach nur manchmal dumm Entweder hat Obsturis, Miserable Fahrer oder hier läuft große Scheiße ja, irgendwas läuft hier auf jeden Fall schief die Musik so, jetzt muss ich erstmal noch einen Bunker befreien wo kommst du eigentlich schon wieder her geh doch mal da rein ach oh, war das knapp, Junge wie viele da in Weihnachtskleidung immer rumlaufen einfach nur oh, komisch ihr habt wohl alle Zwillinge, wa alle Zwillinge hier ja, ich bin schon dabei so erst mal nach oben und dann nach unten gehen dann können wir mal für uns vielleicht noch oh Gott ich bin schon dabei oh Gott man überall ist das Blut oh Gott oh ja das tut so gut, man diese Spezial-Must ich bin doch schon dabei was soll ich denn hier noch alles machen einfach perfekt oh, ein Schlagstock Mann, du sollst den Schlagstock nehmen na ey, Alter ey, das ist so dumm ich will nicht sterben bitte, helf mir bitte, helf mir bitte, helf mir ich brauche Hilfe ich brauche Hilfe Mann, ey, Alter was soll ich denn noch alle tun ich kämpfe gleich gegen die unsichtbaren Schatten ey, und überall diese Scheißtypen mit ihren Scheißverkleidung kannst du weiter rumschreien und zwar im Boden jetzt sollen immer noch welche leben ey, den ist viel zu rum Quatsch gerade wo soll denn hier jetzt noch einer wo kommt die denn alle her jetzt bitte, helf mir ich brauche Hilfe ich will nicht sterben Hilfe also ich finde es ja ein bisschen Quatsch helf mir helf mir doch jemand ich brauche Hilfe dass der nicht einfach darauf fliegt wo der Zombie ist nee boah, Junge ist es teilweise dumm oh Mann, ey ist das ne tolle Wurst ne scheiße so, ich bräuchte jetzt ja, Metallbaseballschläger ist Quatsch Grundwaffen Kommen die Nahkampfwaffen Schmuck der Seele Elektroachs hier, komm kein Problem danke mein Freund jetzt kill ein paar Zombies jo, mach ich so, ich brauche noch ein Fahrzeug wer nicht vorbereitet ist trappiert ganz schnell so, warte mal wir machen wir nehmen den Kriegstreiber diesmal weil der ist stark und außerdem habe ich den schon eine Weile nicht gehabt die wird Ey, wie er gerade daneben geschossen hat, obwohl der direkt vor ihm steht. So. Also irgendwie können die alle nicht fahren, kann das sein? Schön, ein Flug. Hohohohoho, geil. Ich hoffe nur, das Ding steht dann auch noch da, wenn ich wieder zurückkomme. Fred, ich habe den Containertruck gefunden. Da stimmt was nicht. Ich schaue es mir mal an. Lass dich nicht auffressen. Ah, danke für den Tipp. Zum Glück helfe ich denen noch alle. Obwohl, warte mal. Hallo. Hä? Da, genau. Konvoi-Überleben, ne? Der sieht aber nicht mehr gesund aus. Hey, du. Hilf mir mal, ja? Oh Gott. Du bist Frank West. Ich, ja. Mir geht's echt übel. Ich brauch Morphium. Im North Peak-Unterschlupf gibt's was. Besorg mir Morphium. Dann verrate ich dir, was wir transportiert haben. Abgemacht? Abgemacht? Okay, okay. Ich denke drüber nach. Gut. Aber, beeil dich. Dann werde ich ihm mal Morphium besorgen. Weil ich ja so viel Zeit habe. Und so viel Langeweile natürlich. Frank, hier ist Paula. Habe noch ein paar interessante Hinweise für dich. Schick sie dir grad. Ich rechariere die Gerüchte. Ist das der, den wir eingenommen haben? Den Bunker? Weil das wäre echt lustig. Scheint so, ja. Das war's. Das Ding ist super geil. Oh, Mann. Die Fahrzeuge waren ja schon immer cool. Zumindest was ich so selber sehen konnte mal in Videos. Aber das Ding ist ja ultra. So, nach Morphium suchen. Schmerzmittel. Säurebecher. Hä? Hä? Die hier sind beliebt. Ist gefährlich da draußen. Die sind cool. Hm? Hä? Über mir? Unter mir? Ne, unten. Noch weiter unten? So wie scheint ja. Ah, ja, okay. Genau da liegt das Morphium, was wir brauchen. Ob wir ihn dann nachher schießen können? Ich würde es lustig finden. Achso, es kommt von da oben. Ich dachte jetzt gerade, was ist denn hier kaputt? Nie ohne Vorräte losgehen. Ah, ja, ich weiß. Als ob ihr überhaupt schon mal draußen wart. So, und weiter geht's. Wieder zurück. Oh, gute Bodenhaftung. Supi, Tupi, Schauerluppi. Ey, das ist echt lustig, das Ding. Das hat eine Feuerkraft. Okay. Stirb jetzt hier bloß nicht. Sorry, ich... Ich erkenne nichts. Gut. Ich mag dich, West. Aber... Ich kann nicht verraten, was wir transportiert haben. Aber ich kann sagen, dass Comandos eine Bergungsmission nannte. Bei dir etwas zu F und E Zwecken aus der Stadt gebracht wurde. Interessant. Okay. Wenn du eine Decke findest... Oder Alk, dann... Okay, was zur Hölle geht denn hier? Da erkennt man fast nichts. Wieder das an. Unsere Freunde aus Old Town sind zurück. Ach, und da ist der... Ach, und da ist der... Ich verstehe immer noch nicht. Ich... Hä? Ach... Es wird... Ach, oh, die Türen sind gemeint. Keine Ahnung, aber es sieht aus, als wäre Godzilla mit seinen Freunden über diese Obscurus-Einheit hergefallen. Was war das? Mein Pulitzer-Preis. Ich muss weg. Wo willst du denn hin? Soll ich jetzt mein Fahrzeug da draußen lassen? Willst du mich vielleicht rollen? Der ist sowieso beim nächsten Mal nicht mehr da. Okay, ich glaube... Nee, da gehe ich jetzt ganz bestimmt nicht raus, Leute. Nee, niemals. Nicht heute. Das werden wir uns aber bei der nächsten Folge angucken. Es hat mich schon mal sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns auch bei der nächsten Folge wieder. Bis dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Einen schönen Morgen. Bis dann und tschüss.